so erst mal schön zum folgen starte husten ist immer kommt immer geil und ein dings ein erobern dann wieder zurück rennen weil ich brauche die einheit wieder die könnte ich im prinzip wieder zurück schieben bei dir machen wir erstmal das da fertig kann ich noch irgendwo was machen sind das die siamesen ja sie ja sie haben mäßige krieger waren das nicht zwillinge warte mal ihr habt eine zivilisten ein ihr habt einen zivilisten angefangen genommen der zu arabien gehörte jetzt könnt ihr ihn entweder zurückgeben oder ihn selbst als bautrupp verwenden wenn er ihn zurückgebt werden sie sehr dankbar sein einheit zurückgeben ich mache mal den sozialen leiter so was haben wir denn hier bauernhof ich kann hier nix errichten schade meine hauptstadt ist fast komplett ausgebaut was soll ich denn sagen alter ich war ach da ist das schiffchen ist es wieder da na gut jetzt ist es weg ähm ähm hä achso ups haha ich bin gerade irgendwie im stadtbaum und wollte auf den bauern klicken und dann naja irgendwie ging gar nichts dublin was soll ich denn in dublin alter fickt euch so da da ah na produktion wählen so jetzt habt ihr es verstanden so jetzt brauche ich eine werkstatt wo mal wo vorst ja alter meine stadt nord ne die ist echt am blühen und am blühen doch ich komme hier gar nicht mehr klar ist deine stadt hier zu groß wird alles ist hier alles zu groß so was ist denn hier geil heilt euch mal ein bisschen heilt euch auch mal bis zum letzten mand ich mag das spiel ja das ist aber echt sehr verwirrend ne was ist das das ist deine flagge alter da ist ja ein baban drauf was was macht das denn da und warum hab ich da keine armee ne oh Hilfe 100 gold erhalten die scheiß amerikaner sollen endlich mal weg wir lass uns eine mauer bauen hä was macht die ach ja die da unten muss meine armee die da mal war alter das ist ja komisch hat sich verpieselte ok in einer runde wird es bei mir interessant produktion wo brauchen wir jetzt schon wieder was wird da bei dir passieren nix boah alter ach ja da ist ja auch noch so ein scheiß verkackter strakschorf ich hab hier vier verkackte dörfer da alter über oah neben truro und über truro ist auf einmal ein dorf nicht schlecht da gibts trara trari trara tralalala ähm so warte mal kurz ähm warte mal hart ich weiß nicht ob das was bringt aber ich mach das halt nur sägewerk errichten trari traro tralalala deine mutter heißt ab jetzt barbara ja modernisierung reparieren ich kann das auch reparieren dann mach ich das mal hallo hallo bahn 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 gehts gut hier finde ich irgendwie viel geiler die sich bloße fahr ich darf das auch nicht zu fassen fahrănt was wir jetzt machen fahren kann ich nur leider helfen wir wollen da die stadt abchecken launch ja geil das ist das ist ja mal fett da ist keine straße abgerissen da ist einfach weil da ein dorf war So ein Barbarendorf. Ist einfach jetzt ein Grafikfehler jetzt. Okay. Da ist einfach weit drüber gewachsen. Alter, wie du mit deinem Schiff die ganze Welt anscheißt. Aber komm, was ich für eine Schlange da rangezeigt habe. Ja, jetzt kackst du mir voll aufs Dorf, Alter. So, aber das ist die Stadt, wo ich auch Schiffe bauen kann. Ja. Ja, ich habe mittlerweile drei Städte, wo ich Schiffe bauen kann. Da der nicht handelt, muss man irgendwie hin oder sowas. Ja, du musst da eigentlich. Es müssen halt Städte sein, die wirklich direkt am Wasser sind. So, dann komme ich mal zu dir und ich kann mich nicht reparieren. Ach doch, kann ich schon. Flup. Ich repariere mich mal kurz. So, und jetzt kommt's. Oh. Ich baue mal nochmal Siedler. Irgendwo musste ich doch hin, Mann, ne? Ja, genau. Ich muss doch mit meinen, mit den Leuten. Und die Stadt, ne, da, weil da ist ja noch ein Dörfchen. Was vergewaltigt denn? Runden. Was dauert acht Runden? Denn meine Hauptstadt. Oh ja. Macker, irgendwie will mich Dublin verarschen. Ja. Bei mir geht nicht ein Bauwerk jede Runde einen runter, sondern jede Runde einen hoch. Das ist mir jetzt mal aufgefallen. Hä? Wie, was? Achso, hä? Ja? Achso, ja, das habe ich vorhin auch gehabt. Irgendwas hat sich da verändert. Kosten oder so. Keine Ahnung. Aber warum tut sich da da dauernd die Scheiß, wie heißt das hier? Ähm. Ähm. Produktion-Dänger werden ja dann weniger. Aber Runde für Runde anscheinend. Einer modernisieren? Oh, ich kann meine, äh, Pekaniere, ähm. Heißen die Pekaniere? Sperrkämpfer. Äh, modernisieren. Flupp. Jetzt sind das Pekaniere. Geil. Verliere ich Burger oder was? Also Burger oder was? Ich verstehe das nicht. Klar, die müssen ja auch aufgegessen werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich verstehe das nicht. Schlacka, Schlacka, Schlack, Schlack, Schlack. Alter, ich glaube, ich entferne da den Wald. Das ist ja nervig. Ich denke, die ganze Zeit da ist keine, ähm. Äh, die große Mauer, tut sie sich verbreitern? Nee, ne, die wächst nicht mehr, ne? Ich glaube doch. Nee, weil ich habe schon gesagt. Nee, Tatsache, die verbreitert sich nicht mehr. Oh. Seit vier Runden habe ich hier schon das Ding. Das ist ja schade. Oh, schade. Aber gut. Du hast eine fette Mauer, was willst du mehr? Ja, aber ich wundere mich schon die ganze Zeit deswegen. Hm. Hier ist er. Sia wird auf. Ähm, braucht jetzt was. Ähm. Hallo? Hi. Pan. 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 kleine schiffchen 15 runden das mache ich mal was das denn ach das ist der koloss mitten im wasser alles klar ist das eigentlich ein angriffsschiff was du da hast eine triere verteidigen magst du die da im moment da lassen mal bitte ja warum ich muss mich da oben um ein dorf kümmern mit meinen mackern die ich da habe ich kann aber nur im nahkampf mit dem schiff mit dem schiff achso ok na meine bauern sind ja genau nebenan bei dir da ich hatte doch siedler hä wo sind denn die siedler hin weg gesiedler ich habe siedler gebaut in edinburg auch stimmt ich habe auch die werden nächste runde ach so die sind ja die werden bei mir auch erst nächste runde ja muss ja verbreitern ich komme jetzt zu dir ich baue jetzt die stadt neben 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 wie heißt deine kacke da neben 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 äh karakorum paraguay also ich bin soweit fertig naja gut ach so oh i was oh auch man so noch eine einheit die kann ich die kompositive schützen eigentlich jetzt mittlerweile auch verbessern müsste ich eigentlich also die siamesen haben eine dame und terracotta wolltest du das baum ist zum glück nicht ohne schmiede werkstatt wobei nein 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 keine werkstatt alter mir wird schon immer noch empfohlen siedler zu bauen das gelände wird durch einen feind ach du guck ein schiff aber die können im wasser echt nichts bauen war anscheinend was haben wir diese bauern wenn sie zu schiffen werden möchte das machen ja alles die arbeitsschiffe auf dem wasser ja nein nur so einen kleinen see weißt du achso ja so warte mal warte mal hart man aber war doch nicht mal hart ja klar man ich war dran achso so ein geizlappen so die einheit erhalten oh arabien ok jetzt habe ich einen bautrupp ja geil hast du einen geklaut dort ja von wem oder äh oh habe ich jetzt gar nicht ich glaube von den arabern sogar oh alter und ich stehe gerade bei den arabern mit meinen rittern weiße wenn die gleich auch nahe genommen werden dann weiß ich bescheid warum ja ist auch schon soweit mit nächste runde oder ist bei dir noch irgendwo was ich guck gerade aber ich denke mal was ist denn hier mit ok die können noch nicht ach ne sohne betten bei mir ne bei mir echt ja ich habe genau gerade drauf gehalten da naja große persönlichkeit geboren alter was da los ein schiff bei mir in der nähe torfahren wird von einem schiff explodiert was was ist das für ein schiff eine triere ok franzisco de sudaban gesundheit ich bring das immer wieder ein großes werk tue ich jetzt mal erschaffen der heilige franz von assisi im gebet von seagame 666 ja bild selber mal gebäude feld kaufen oh ist das ein schönes bild alter ist das anstrengend mit bespannig die wollen die machen die ganze zeit nur ähm hier äh meeresfelder sollen wir auch mal hier ein bisschen mal wald hier errichten hier so bisschen mal wald mann 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 kalidasa gesundheit wird nie langweilig keiner da sah oh shit ahja ich hätte immer das da weiter gar nicht so genau ich mach das da fertig ah also was das problem ist ich weiß nicht mal was ich meine bauern machen lassen soll also anstrengendes ach hier können die da was machen aber hier habe ich natürlich keine bauerwahl weißt du arbeiter alter ich brauche dringend mehr truppen was meinst du da aber warum aber warum ja gut ich verliere auch im momentan ziemlich viel gold ich habe im prinzip nur meine angeheimstruppen noch meine kompositbogen schützen meine pikiniere ok da meine sperrkämpfer die da die ganze zeit an der grenze von amerika stehen um einen streitwagen hm fünf runden noch mal gucken wie das was wird wo wird das eigentlich gebaut und was ist denn nochmal in fünf runden fertig bei dir vor allem wo wird das gebaut wird das überhaupt gebaut ist das überhaupt im gebäude was ist denn bei dir mit fünf runden fertig wirst schon sehen es wird nichts fertig ist nur eine einheit achso achso deine neue oder wie die da heißen barbaren lager entdecken alter hallo amerika was wo kommt die denn hier alter die die greife die ganze zeit meine meine stadt an ich kann schon wieder ein schiffchen kaputt machen was meinst du in ruhe was soll ich jetzt kaputt machen ja nö kann man ja nicht anders von dir aufhören boing 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 die musik mal wieder oh shit oh shit die reiter können äh könnten jetzt echt ein problem werden ja ja in der nächsten runde werde ich äh eine einheit bei mir verlieren oh oh gott also einen bautrupp wahrscheinlich oder die oh die wollen zu meinen siedler bestimmt ein goldenes zeitalter beginnt alter warum beginnt er bei mir dauernd immer ein goldenes zeitalter ist ja übel sag doch vor ach da unten ist das du auch ok alter meine what the fuck meine perfekte hauptstadt ist fast komplett ausgebaut wie meinst du das mit feldern ja ja ich habe ich habe nur noch zwei felder die ich mir bauen kann ja alter guck doch mal bei mir ich weiß gar nicht ob ich überhaupt irgendwo ein halb da oben sind noch welche weil ich da noch nicht war ich habe Pferde so sehr gut ach hier kann ich Bauernhof? Bauernhof hör mal hör mal holen wir hier mal einen Bauernhof du kufen wir mal einen Bauernhof du hör mal hör mal willst du mich verarschen wieso ist da ein verkacktes äh Lager alter ich muss da durch oh alter diese scheiß verfickten Barbaren dass ich ja jetzt ist das dann hör mir die dich voll öss ja aber wie das ist ja voll nervig geworden gerade sagen das ist ja voll schlafen do meinst nicht das ist ja voll ich w w du